Servus, Grüze und Hallo! So heißt es am Donnerstag, den 6. September 2018 im Stuttgarter Friedrichsbau Varieté. Diese Show ist ein wildes Streifzeug durch die wahnwitzigen Traditionen, denn nicht nur die Artisten sind außer Rand und Band. Es wird getanzt, gejodelt und gesungen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wow, 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 wow. Wow, 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 wow Also schaut alle vorbei. Ja, ich freu mich. Dies war ein Beitrag von Waldemar Herzog.